Hallo, ich wollte jetzt erstmal allen ein schönes neues Jahr wünschen. Ist ja schon ein bisschen alt das Jahr jetzt, aber zu spät ist es ja nicht. Fragwürdig ist hingegen, wie schön es ist, ob es irgendwie schöner wird als das letzte. Zweifel sind angebracht, denn es beginnt, zumindest für uns, genauso wie das letzte aufgehört hat, einfach beschissen, nämlich mit einer Absage. Wegen der Regeln, die dann jetzt nochmal verschärft worden sind, haben wir überhaupt keine Chance. Ich rechne auch so schnell nicht damit, aber trotzdem werde ich mich weiter alle 14 Tage melden. Und auch wenn es schwierig wird, ich bleibe euch treu, bitte bleibt uns auch treu. Meine Freunde, die anderen Musiker und ich, wir sind irgendwie schon ziemlich heiß drauf, auch mal wieder zu spielen. Aber wie gesagt, es bleibt einfach verboten. Sinnfragen erörtere ich an dieser Stelle jetzt einfach mal nicht, obwohl sie natürlich auf der Hand liegen. Kann sich aber auch jeder selbst denken. Ich möchte noch eine Sache sagen, die ist jetzt gar nicht so politisch gemeint, sondern es geht an den Professor Karl Lauterbach. Karl, du alte Socke. Hör mal, irgendwie, da früher, wo du noch die lustige Fliege anhattest und den blöden Anzug und immer so ein bisschen ausgesehen hast, wie einer von den Lehrern aus der Feuerzangenbohle, da war mir das irgendwie sympathischer. Kehr doch mal zu dem Image zurück. Das mit dem Hip, das passt nicht zu dir, Mann. Ein guter Rat von mir. Schö.